Jo Leute, was geht? Willkommen zu Diablo 4, gerade war der Entwicklertalk. Ich hoffe, dass ich es in diesem Video auf relativ kurze Zeit beschränken kann, um euch die ganzen Informationen, die wir da bekommen haben, mitzuteilen, weil es war wirklich enorm viel und ich bin so unglaublich krass gehalten, das hätte ich gar nicht erwartet. Ich hatte ein bisschen Angst, dass Season 2 so wird wie Season 1, relativ wenig Content, aber das ist es gar nicht. Es ist so unglaublich gut und ich hoffe, ich bringe das so vernünftig rüber, dass ihr es versteht, wieso Season 2, glaube ich, richtig, richtig krass sein wird. Ich würde sagen, wir starten direkt rein mit Season 2, mit den Informationen, die wir bekommen. Und zwar wird es so sein, dass in der Welt verteilt, ähnlich auch wie in Season 1, anstatt jetzt boshafte Gegner Vampire rumlaufen. Da gibt es verschiedene neue Characters, verschiedene neue Gegner, die ihr besiegen könnt und die bestimmte neue Währungen fallen lassen. Fangen wir mal am Anfang an. Also, es gibt jetzt zusätzlich neue Fähigkeiten, die ihr auf euren Charakter drauf machen könnt. Ich werde hier immer Fotos dazu einblenden, damit ihr genau wisst, was ich meine. Und zwar habt ihr einen zusätzlichen Screen, wo ihr ähnlich wie mit den Herzen bestimmte Fähigkeiten in eure Rüstung packen könnt. Das seht ihr auf der linken Seite. Die Rüstung ist auch so ähnlich aufgebaut, wie es auch in Season 1 war. In Season 1 hatten wir in dem Schmuck. Ihr erinnert euch, entweder konnte es rot sein, blau sein oder lila, glaube ich. Und je nachdem konnte man das Herz dort einschleusen. Hier ist es jetzt entweder ein Totenköpf, das könnt ihr links sehen, oder ein Kelch. Oder ich kann das dritte Icon nicht so richtig identifizieren. Jedenfalls sagt euch das Icon auf der Rüstung, welche Power ihr in diese Rüstung packen könnt und dann welche Zusatzeffekte ihr da habt. Welche Zusatzeffekte es alle gibt, die wurden da nicht genannt. Nur, dass es welche gibt. Es wurden auch hier und da ein paar gezeigt, aber die waren jetzt erstmal nicht der Rede wert, muss ich tatsächlich sagen. Außerdem wird es die Möglichkeit geben, diese Icons in eurer Rüstung umzuändern bzw. abzuändern. Wie ganz genau das funktioniert, wurde natürlich auch wieder nicht gesagt. Dafür gibt es aber hier diese Items. Wie man an die kommt, wissen wir auch noch nicht so ganz. Wahrscheinlich mit dieser neuen Currency, worauf ich gleich zu sprechen komme, könnt ihr die erwerben. Hier könnt ihr die Icons auf der Rüstung anpassen. Sie haben gesagt, wenn die Icons einmal drauf sind, kann man die nicht ändern. Vielleicht habe ich es auch nicht ganz verstanden. Wie immer, dieser Talk war wieder ein wenig ungenau. Wie immer eigentlich leider bei diesen Talks. Das werden wir dann ganz genau sehen, wenn die Season da ist. Was ich aber ganz gut finde, weil es war ja in Season 1 so, wenn ihr einen richtig, richtig guten Ring hatte, der aber blau war, konntet ihr nur blaue Herzen reinmachen oder halt das schwarze Herz. Und ihr hattet keine Möglichkeit, die Farbe zu wechseln. Wenn ihr jetzt aber eine gute Rüstung habt, ein Uber-Unique, ein Unique oder so, wo ihr ein bestimmtes Icon drauf haben wollt, wie zum Beispiel bei den Druiden, der Storm-Helm, und ihr wollt aber eine bestimmte Fähigkeit da drin haben von der Season 2, könnt ihr das jetzt mit diesen Items anpassen. Das finde ich ganz gut. Das hat mir in Season 1 ein bisschen gefehlt, dass man diese Farbe von dem Schmuck wechseln kann. In der Welt verteilt wird es jetzt sowas wie eine Höllenflut geben, die aber keine Höllenflut ist, sondern was mit den Vampiren zu tun hat. Da wird es auch keine Zeit zwischen geben. Diese Höllenflut, nenne ich sie mal, wandert über ganz Sanktuario und ihr werdet zu jeder Zeit dort unterwegs sein können. Und genau hier fällt auch diese neue Currency von den Vampiren, mit der ihr was Bestimmtes machen könnt. Darauf komme ich gleich. Und ähnlich wie in der Höllenflut könnt ihr diese Currency sammeln, aber nicht wie in der Höllenflut verliert ihr sie, wenn die Höllenflut vorbei ist, sondern das bleibt bestehen, weil das wandert ja auch die ganze Zeit. Das heißt, ihr könnt die ganze Zeit diese Währung sammeln und die ganze Zeit diese Höllenflut hier bespielen. Mit der Currency, also mit dieser Währung, die ihr dort bekommt, könnt ihr an verschiedene Brunnen gehen und in den Brunnen diese Währung reinschmeißen. Und dann, das finde ich ganz cool, kommen Gegner raus, die ganz normale Charakterklassen sein können. Also ein Druide kann da rauskommen, ein Barbar kann da rauskommen, ein Totenbeschwörer kann da rauskommen, mit verschiedenen Fähigkeiten. Die müsst ihr besiegen und die lassen richtig, richtig gute Sachen fallen, womit ihr eure Skills, ich gehe nochmal zurück zum ersten Screen, leveln könnt und auch freischalten könnt. Weil die habt ihr nicht alle von Anfang an, sondern die müsst ihr erstmal freischalten, leveln und so weiter und so fort. Wie das ganz genau abläuft, werdet ihr dann in der Season sehen. Ich denke aber, das wird nicht allzu kompliziert sein und relativ easy zu verstehen. Dann eine krasse Sache, die ich nicht ganz verstanden habe. Es gibt jetzt endlich diese Boards, die ja schon seit Anfang des Spiels in der Welt rumstehen, in jeder Stadt. Und jetzt haben die auch endlich einen Sinn. Dort wird es so ein Progress geben in der Season. Wie gesagt, ganz verstanden habe ich es nicht. Wahrscheinlich wird man da irgendwie voranschreiten und dann irgendwelche Rewards einsammeln können. Bin ich ganz gespannt. Und viel Season-Stuff wahrscheinlich. Das war es auch schon so weit zur Season. Natürlich gibt es auch wieder einen Season-Boss und auch eine Season-Questline. Ist relativ easy zu Season 1. Ihr werdet eine Questline haben und am Ende habt ihr den Boss. Lord Zio, wenn ich mich nicht täusche, heißt der Kollege. Äh ne, Lord Zier heißt er. Den könnt ihr am Ende besiegen. Der lässt Sachen fallen. Aber das war es für die Season und das Season-Thema. Jetzt kommt das, wieso der 17. Oktober wirklich Weihnachten und Geburtstag auf einmal sind. Und das ist dieser Screen, Leute. Ich hatte ja schon in den letzten Videos gesagt, es wird Target-Farming geben für Unix und Target-Farming geben für Uber-Unix und vor allen Dingen mehr Endgame-Stuff. Und Leute, den kriegen wir jetzt übertrieben. Wir können jetzt den Flüsternden Bau machen, wir können die Höllenflut machen, wir könnten Nightmare-Dungeons machen, wir können Weltbosse und Legions-Events machen, so wie es früher auch schon war. Und jeder dieser Ereignisse gibt euch am Ende Items, womit ihr ein Schloss, äh, ein Schlüssel craften könnt, womit ihr einen neuen Boss herausfordern könnt. Zum Beispiel für den Flüsternden Baum, ganz links, seht ihr, wenn ihr da ganz viele, wenn ihr den Flüsternden Baum gemacht habt und dann zum Baum geht, dann habt ihr die Möglichkeit, nicht nur eine normale Kiste zu bekommen, sondern eine neue Kiste, wo Materialien drin enthalten sind, womit ihr einen Schlüssel oder ein, ein Portal oder sonstiges craften könnt, um Varshan herauszufordern. Und Varshan hat dann eine Chance, ein Unique fallen zu lassen, eine hohe Chance, ein Unique fallen zu lassen. Jeder dieser Bosse hat ein anderes Tableau, eine andere Tabelle an Uniques, die fallen lassen können. Und zusätzlich lässt jeder Boss, falsch, lassen Varshan und Grigor, the Galvanic Saint, unter der Höllenflut, Materialien fallen, die man zusammen craften kann, womit man dann Duriel herausfordern kann. Also, nochmal, Flüsternden Baum, ihr könnt Varshan herausfordern. Varshan hat eine Chance, bestimmte Uniques fallen zu lassen. Nightmare Dungeons, wenn er die abschließt, lassen Materialien fallen, womit ihr ein Dungeon, ein Portal, ein Dungeon, was auch immer, öffnen könnt, womit ihr den Beast in the Ice herausfordern könnt, der wieder andere Uniques fallen lässt. Ihr könnt in der Höllenflut in den Truhen Items finden, Materialien finden, womit ihr Grigore, oder wie der heißt, herausfordern könnt, der wieder Materialien fallen lässt. Und die Materialien von Varshan und von Grigore könnt ihr auch zusammen craften. Und dann könnt ihr Duriel herausfordern, der auch wieder Uniques fallen lässt. Und Duriel hat eine Chance, eine erhöhte Chance, Uber-Uniques fallen zu lassen. Und jetzt ganz wichtig, alle Items, die von Duriel fallen gelassen werden, weil Duriel wird immer Level 100 sein, haben 920 Item Power. Und alle Uber-Uniques, die fallen gelassen werden, werden Max-Stats haben. Es wurde auch schon gesagt, dass alle Uniques, oder fast alle Uniques, neue oder andere Stats haben werden. Die werden also alle reworked sein. Es wird neue Uniques geben. Was genau, wissen wir alles noch nicht. Das wird alles am 10. Dann gezeigt im Campfire. Dort gibt es dann die Balance Changes und alle neuen Uniques und alles miteinander, was da alles neu dazukommt. Aber ich hoffe, ich konnte es gut rüberbringen. Es ist nicht mehr so, dass wir nur den flüsternen Baum machen. Wir kriegen einen Reward und das war's. Der flüstene Baum geht dann weiter. Der wird dann die nächste Stufe haben. Dann können wir Warschein herausfordern. Und wenn wir Warschein herausgefordert haben, dann können wir Duriel herausfordern. Und dann haben wir eine erhöhte Chance auf einen Uber-Unique. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, 1%. Es klang so, als wäre die Chance, wirklich da ein Uber-Unique zu bekommen. 1%, 2%, ein halbes Prozent, irgendwo da würde ich es einordnen. Und ich habe richtig Bock, mit der Community da reinzugehen. Weil diese Materialien, womit ihr Warschein herausfordern könnt, oder Grigor herausfordern könnt, oder Duriel herausfordern könnt, diese Materialien könnt ihr miteinander tauschen, im Clan oder einfach so in der Welt. Und dann mit 4 Leuten gleichzeitig Duriel machen. Das heißt zum Beispiel, wir sind aktuell glaube ich 60 Leute im Clan. Einer hat das Item, was man braucht. Einer hat das Item, einer hat das Item. Dann können wir alle zusammenschmeißen in einen Topf und zu dritt oder zu viert Duriel herausfordern. Oder der alte Lou ist die ganze Zeit am Farm, wie ein Verrückter, hat ein Item viel, viel, viel zu oft, und ein anderer Kollege hat die ganze Zeit nur Helltide gemacht und hat das Item viel, viel, viel zu oft, dieses Material. Wir schmeißen zusammen und machen Duriel 3, 4 mal hintereinander und holen uns die Uber-Unix. Da habe ich richtig, richtig, richtig Bock drauf. Jetzt habe ich schon 10 Minuten gequatscht, nur über die Season und was unabhängig von der Season dazu kommt. Übrigens das, was ich gerade gesagt habe mit den Weltbossen, mit den neuen Bossen, hat natürlich nichts mit der Season zu tun. Das kommt auch in den Eternal rein. Und wir überlegen schon, dass wir eventuell gar nicht in die Season reingehen am 17., sondern sofort in die Bosse rein, um dort richtig reinzustarten und richtig zu suchten. Jetzt kommen ganz, ganz viele Änderungen, die overall kommen. Ich versuche, die im Schnelldurchlauf durchzugehen. Deswegen werde ich zu jedem Punkt nur relativ wenig sagen. Also, wenn ihr als Hardcore-Spieler eine Schriftrolle der Flucht habt und ein Disconnect habt, dann werdet ihr teleportiert in die Stadt und die Schriftrolle wird genutzt. Euer Rauch und eure Elixiere werden jetzt Bonus-Erfahrungen geben und werden auch nach dem Tod noch weiter funktionieren. Der Erfahrungsbonus wird jetzt zu eurer Weltstufe multiplikativ dazu gerechnet. Die haben nicht genaue Zahlen genannt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn bei Weltstufe 4 200% da steht, ist der 5% Bonus, den man bekommt von einem Elixier, nicht 5%, sondern dann wahrscheinlich 15%. Der Multiplayer-Bonus wird dann nicht 10% sein, sondern 30%. Der Lagerfeuer-Bonus wird dann nicht 15% sein, sondern 45% sein. Wie gesagt, die haben da keine richtigen Zahlen zugesagt, halt nur das Multiplikativ ist. Es wird, wenn ihr die Kampagne überspringt, hattet ihr ja bisher immer nur einen Wegpunkt in jeder Region. Der wird jetzt erhöht auf zwei Wegpunkte. Die ganze Renown-Rewards werden jetzt komplett übernommen. Es ist egal, ob ihr irgendeinen Charakter habt, der nur 3 hatte oder einer hat nur noch 4. Es wird immer alles übernommen. Wenn ihr irgendwo mal 5 Renown hattet, also alle 5 Renown-Rewards, dann werdet ihr die komplett auch immer haben, fortlaufend, egal ob Season oder Eternal. Die Overworld-Monster werden jetzt immer auf eurem Level sein, nicht mehr 5 Level unter euch. Das gilt für Welt, Stufe 3 und 4. Und ihr werdet ganz wichtig, zwei zusätzliche Charakter-Slots haben. Das war ganz wichtig. Einen Okkultisten wird es jetzt beim flüssenden Baum geben. Neue Stash-Punkte, also neue Kist-Punkte wird es geben. In jeder Region, die haben ein paar Beispielbilder gezeigt, wird es Kisten geben, die viel näher am Geschehen sind. Zum Beispiel bei Kiova-Chart wird es Kisten sowohl beim Schmied geben, als auch direkt bei eurem Wegpunkt, als auch beim Okkultisten und auch beim Juwelier. Der Kuriositätenhändler, der immer am Arsch der Welt war, wird jetzt auch näher am Wegpunkt sein in den verschiedenen Städten. Ganz viele Änderungen zum Pferd. Das Pferd soll jetzt allgemein nicht so mehr so oft hängen bleiben, soll öfter über Dinge hinüberspringen. Die Base-Speed wurde um 14% erhöht. Top-Speed bleibt so, wie es ist. Top-Speed bei den PC-Spielern soll jetzt besser erreicht werden. Ihr müsst nicht ganz am Rand des Bildschirms klicken, sondern auch schon näher am Mount soll Top-Speed erreicht werden. Die Spur-Duration, also dann, wenn ihr die Sporen gebt, bleibt 50% länger. Also ihr habt 50% länger Top-Speed und mit dem, wenn ihr Sporen gebt, könnt ihr endlich durch Barrikaden durch. Da bin ich ein bisschen ausgeflippt im Stream, weil das ist richtig geil. Dismount-Cooldowns wurden reduziert. normaler Dismount von 10 auf 15, wenn ihr vom Pferd geschmissen werdet von 30 auf 15 Sekunden und wenn ihr vom Pferd springt mit einer Attacke von 10 Sekunden auf 3 Sekunden. Wenn ihr zu einem Nightmare-Dungeon hinportet, werdet ihr direkt in den Nightmare-Dungeon geportet und nicht direkt davor. Das habe ich sowieso nicht verstanden, wieso wir davor geportet werden. Events in Dungeons werden jetzt mehr Monster haben. War ja vorher eigentlich schon viele Monster, wird jetzt aber noch viel mehr sein. Die NPCs, die ihr manchmal retten müsst, werden jetzt auch mehr Leben haben und auch mehr Überleben. War ganz oft so, dass die NPCs sofort weggestorben sind und ihr das Event gar nicht schaffen konntet. Traps in Nightmare-Dungeons wurden auch entschärft. Ihr werdet besser sehen, wo Traps sind und auch der Crowd-Control wird viel kürzer sein. Crowd-Control wurde sowieso overall reduziert. Das heißt, es gilt nicht nur für die Fallen in den Nightmare-Dungeons, sondern wenn ihr eingefroren werdet oder gestunt werdet, wurde alles reduziert. Zahlen werden wir wahrscheinlich erst am 10. sehen. Die Paragon-Glyphen-Erfahrung wurde erhöht. Das heißt, wenn ihr ein Nightmare-Dungeon abschließt, kriegt ihr mehr Erfahrung für die Paragon-Glyphen. Bislang war es so, wenn ihr von hinten angegriffen wurdet, habt ihr signifikant mehr Schaden bekommen. Das wird jetzt anders sein. Wenn ihr jetzt von hinten angegriffen werdet, werdet ihr verwundbar und erst der nachfolgende Angriff wird mehr Schaden machen. Vorher war es ja so, dass zum Beispiel diese Sniper-Schützen, wenn die euch von hinten getroffen hatten, wurdet ihr gewon-hitted. Das ist jetzt nicht mehr so. Ihr werdet verwundbar und erst der nächste Schaden wird dann ein erhöhter Schaden sein. Monster resistieren nicht mehr so krass kritische Hits. Es gibt diese Schild-Dudes-Skelette, die extrem tanky waren gegen kritische Treffer. Die musste man teilweise vier, fünf, sechs Mal angreifen, bis endlich mal der Schaden durchgekommen ist. Das wurde reduziert. Der Todesimpuls, den es als Malus in einem Nightmare-Dungeon gab, wird nicht mehr zusätzlich zu dem normalen Todespuls kommen, den ein Gegner hat und Todespuls werden auch nicht mehr übereinander gesteckt und es soll auch nicht mehr so sein, dass Todesimpulse komplett überall sind, sondern es soll da wirklich jetzt besser sein, mit diesen Todesimpulsen interagieren zu können. Zwei Änderungen zu Malus in den Nightmare-Dungeons. Einmal Lightning Storm, das ist das, wo es diese Kuppel gibt. Wenn ihr in der Kuppel steht und dem Lightning quasi ausweicht, kriegt ihr einen 35% Movement Speed über fünf Sekunden. Und dann ganz wichtig, wenn der Lightning Storm kommt nur noch, wenn ihr in Combat seid. Das heißt, wenn ein Kollege hinten im Dungeon ist und gar nicht kämpft und gerade auf Toilette ist oder sich ziehen lässt und der andere ist vorne im Kampf, dann kommt der Lightning nur bei dem Typen, der im Kampf ist. Und wenn jetzt einer hinterherläuft oder ganz woanders ist, die Kuppel ist aber bei dem anderen Kollegen, dann kommt der Lightning Strike auch nur bei dem, wo die Kuppel ist und nicht bei dem anderen. Manchmal war es ja so, dass ihr gar nicht in die Kuppel kommen konntet, weil die Kuppel am Arsch der Welt ist und ihr wurde vom Lightning gekillt und konnte gar nicht wieder aufschließen. Auch Änderungen zu dem Schatten, der euch verfolgt, der wird jetzt nicht mehr fünf Sekunden, sondern drei Sekunden auf dem Boden sein und auch nur, und auch zwei Sekunden länger brauchen, bis er wieder euch verfolgt. In Nightmare Dungeons wurden Objectives komplett gelöscht. Das heißt, manche Dungeons, Nightmare Dungeons, werdet ihr nur noch zum Endboss laufen müssen. Kein Tötet alle Gegner, kein Tötet Blutblasen, kein Öffnet zwei Türen oder irgendwie sowas, sondern ihr lauft durch das Dungeon durch, müsst den Boss killen und ihr seid fertig. Layouts wurden redesigned, dass man sich nicht so oft verläuft. Da gab es ja das ein oder andere Dungeon, wo man ganz am Ende des Dungeons war und dann nochmal komplett zurücklaufen musste, weil man irgendwas am Anfang vergessen hatte. Änderungen zu den World Events, die ich sehr cool finde. Legion Events werden jetzt alle 25 Minuten kommen und die Zeit, die euch angezeigt wird, sind nicht mehr 5 Minuten, sondern 10 Minuten. Das heißt, ihr habt auch mehr Zeit am Lagerfeuer zu stehen und die 15% Bonus dazu zu holen und auch auf der Minimab Welt, die ihr es besser sehen könnt. Weltbosse wird es jetzt nicht mehr alle 6 Stunden, sondern alle 3,5 Stunden geben, was ja auch Sinn macht, Leute, weil ihr jetzt nach dem Weltboss Lords Zier herausfordern könnt. Dafür brauchen wir natürlich die Materialien und ganz viele Weltbosse. Das heißt, am Anfang richtig schön die Weltbosse besiegen und euch die Materialien holen. Alle 3,5 Stunden und der Timer, der euch anzeigt, dass ein Weltboss stattfindet, ist jetzt auch 60 Minuten und 15 Minuten, bevor der Weltboss spawnt, gibt es nochmal ein Overall Broadcast. Das heißt, ihr werdet irgendwie eine Nachricht bekommen oder oben läuft irgendwas durch, ey, gleich kommt ein Weltboss, verpasst den nicht. Nightmare Dungeons, die ihr vom Flüsternem Baum bekommt, werden immer das Level haben, was das höchste Nightmare Dungeon war, was ihr bisher besiegt habt. Das heißt, habt ihr mal ein 100er Nightmare Dungeon bekommen, dann werdet ihr irgendwas zwischen 95 und 105 Nightmare Dungeons vom Flüsternem Baum bekommen. Gold soll vom Flüsternem Baum extremst erhöht worden sein. Bin ich gespannt, was bei denen greatly bedeutet, ob es nur 10.000 sind oder vielleicht mal eine Million, wir wissen es nicht. Erfahrungen wurden natürlich auch wieder erhöht von dem Flüsternem Baum und auch von der Höllenflut. Die Flüsternem Baum Kisten werden nur noch das beinhalten, was ihr auch nehmt. Wenn ihr jetzt eine Kiste nehmt mit Schuhen, werden da auch nur Schuhe drin sein. Dasselbe gilt auch für die Höllenflut Kisten. Wenn ihr eine Schuhkiste öffnet, dann ist es auch eine Schuhkiste. Außerdem wird es auf der Minimab und auch auf der Map bei den Höllenflut Kisten ein Icon geben, was euch ganz genau sagt, was in dieser Kiste drin ist. Ganz wichtig, in eurem Inventar können Items jetzt als Favorit markiert werden und diese Favoriten können nicht verkauft werden. Wenn ihr Aspekte aus einem legendären Item rausholt, werden die jetzt vernünftig gruppiert werden. Normale Affixe auf euren Items, das heißt Stärke, Geschicklichkeit, Crit Chance, werden bei jedem Item an der gleichen Stelle sein. Das heißt wahrscheinlich Stärke und Geschicklichkeit ganz oben und Angriffsgeschwindigkeit was unten, dass man das besser miteinander vergleichen kann. Die Kisten können jetzt endlich gefiltert werden und können auch da können auch was reingeschrieben werden, wonach gesucht werden kann. Auch sehr geil, sah ganz cool aus, hat sehr smooth funktioniert. Es gibt jetzt einen Streamer-Modus. Es wurde eine Einstellung hinzugefügt, dass nicht mehr die ganze Zeit gestellt, 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 verwundbar, 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 verwundbar da steht. Das könnt ihr euch jetzt ausstellen. Es gibt jetzt eine Funktion, womit ihr Auto-Run aktivieren könnt, das heißt ihr drückt nach vorne und der läuft auch die ganze Zeit weiter nach vorne und die Minimap wurde jetzt weiter rausgesucht, das heißt ihr seht in der Minimap etwas mehr. Eine riesen Änderung zu den Gems wurde ja schon angekündigt, es wird jetzt nicht mehr so sein, dass Gems fallen, sondern Crafting-Materials für Gems. Die Gems könnt ihr beim Juwelier dann craften. Die Gems, die ihr craftet, werden dann natürlich in eure Items, in euer Inventar mit reingepackt und sind dann dort. Ihr könnt die Gems aber dann auch wieder verkaufen für diese Items, für diese Gem-Materialien, für diese Gem-Charts und diese Gem-Charts werden in den Materialien-Tab sein, das heißt sie sind komplett raus aus dem Inventar und eurer Kiste finde ich eine sehr, sehr gute Rework zu den Gems, haben sich sehr gut Gedanken zugemacht. Die Verzauberungskosten wurden geupdatet, die sind jetzt overall günstiger, die allererste Verzauberung ist teurer, aber danach geht es nicht mehr so steil bergauf mit den Verzauberungskosten, sondern etwas flacher und ich hoffe, dass wir da keine 10, 20, 30 Millionen mehr pro Verzauberung sehen werden und dass wir da ein bisschen mehr verzaubern können. Dann noch eine richtig krasse Leute, ich hoffe ihr seid noch da, ich weiß, ich habe 25 Minuten gequatscht, aber das ist nochmal eine ganz wichtige Information, die müsst ihr nochmal richtig aufnehmen. Es wird jetzt so sein, dass in Weltstufe 3 keine normalen Items mehr fallen können, keine normalen Waffen, keine normalen Rüstungen, sondern nur noch, ich komme nicht drauf, das mit der gelben Umrandung in Weltstufe 3 und in Weltstufe 4 wird es nur noch heilige Items geben, vermachte Items geben, nicht heilig. Ich glaube, genau, Weltstufe 3 war heilig und Weltstufe 4 war vermacht, so war es genau. In Weltstufe 4 wird es nur noch vermachte Items geben, Leute. Das heißt, es wird keine heiligen Items begeben, es wird keine, auf Weltstufe 3 keine Items begeben, die nicht heilig sind, also sehr, sehr krass. Ich hoffe, das gilt auch für die Obolusse, dass wenn ihr euch Obolusse holt, diese Items dann auf der Weltstufe dann auch alle heilig beziehungsweise vermacht sind. Flüsternder Baum wird höhere Itempower Items geben und auch Höllenflut wird höhere Itempower Items geben und dann nochmal eine ganz, ganz wichtige Änderung. Ich hoffe, ich habe das richtig verstanden. Bisher war es so, dass in Weltstufe 4 alles, alle Items, die ihr findet, hochgehen konnten bis 820 Waffen Itempower, aber ihr konntet auch welche finden mit 700 oder 600 Itempower. Das Ganze ist jetzt gekoppelt daran, welches Level euer Gegner hat. Kämpft ihr gegen einen Gegner, der Level 100 ist, dann bekommt ihr nur noch Itempower Gegenstände mit 820 so um den Dreh. Und wenn ihr gegen Gegner kämpft mit 150, mit Level 150, bekommt ihr 920 Itempower. Ganz genau haben die das noch nicht verraten, wie das funktioniert, aber ich glaube, die werden es einfach, das Item, was ihr bekommt, wird viel mehr daran gebunden sein, auf welchem Level die Gegner sind. Das heißt, wenn ihr Level 70 seid, ihr schafft es aber schon, Gegner Level 100 zu besiegen, dann habt ihr eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, Macht-Items zu finden, die 820 Macht und höher haben. Also eine extrem krasse Änderung zum Endgame, was das betrifft. Vor allen Dingen für die Nightmare Dungeons, für alle unter euch, die Nightmare Dungeons Level 100 machen, was ich ja nie gemacht habe, weil ich nicht den Sinn dahinter gesehen habe, wieso soll ich Nightmare Dungeons Level 100 machen, wenn ich dort nicht mehr bekomme als bei einem Nightmare Dungeon Level 50 und jetzt wird es so sein, Nightmare Dungeons Level 100 werden 920er Macht Items fallen lassen. Insgesamt wurden noch viele, viele andere Kleinigkeiten genannt. Ich kann das gar nicht alles unterbringen. Ich habe jetzt anderthalb Stunden reingequetscht in einer halben Stunde. Es war immer noch viel zu viel. Letzte Information, Diablo 4 kommt mit Season 2 zu Steam. Das heißt, ihr könnt jetzt ohne Umwege auf eurem Steam Deck oder über Steam Diablo 4 spielen. Natürlich auch mit Crossplay, Crosssave und allem, was dazugehört. Ich bin ultra gehypt. Ich habe so Bock, jetzt sofort durchzuzocken, ab in den Eternal und die Materialien finden, Warscham besiegen, Duriel besiegen, Unix sammeln. Ich habe so Bock, auf den 10. wenn dann das Campfire ist mit den neuen Informationen zu den Unix, zu den Balance Changes. Lasst mal gerne eure Meinung zu Season 2 da. Ich bin so extrem gehypt, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich habe so Bock, der Twitch-Stream, wir sind ausgeflippt, so Bock jetzt zu zocken. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen, wenn ihr da nichts verpassen wollt. Ich werde bestimmt sehr viele Videos zu Season 2 bringen, weil ich da so Bock drauf habe. Wir wollen direkt am ersten Abend Duriel besiegen und uns einen Uber-Unix holen. Wir haben da extrem Bock drauf. Lasst gerne einen Like da und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian. Ciao.